hat gerade vollgepasst auf das Lied ach ok ich wollte gerade schon fahren wie du jetzt darauf kommst aber hat sich ja gerade erübrigt hat sich auch nötig wie sieht es mit der Bildung aus super Bibliothek 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 könnt mal ein wenig reinknallen hier genau da sollen die Leute mal lesen lesen sie Bücher es macht sie schlau dass die nicht so dumm werden oder bleiben genau dass die bisschen schlauer werden ja das könnten die vielleicht da gebrauchen jawohl dann wollen die nicht mehr da arbeiten weil die dann zu schlau dafür werden genau dann lesen die und dann denken die hey was mach ich hier eigentlich das ist so ein Dream alter hier hier am Essen schön mit dem Baum mit der Fresse geil siehst du die ganze Stadt und liegt so am Highway da hinten krass jetzt spielst du schon schön jetzt überlegst du dass das jetzt sieben Jahre alt ist ja ist schon krass und dass das so performant läuft krass ich bin richtig müde alter und wir machen 1000 Profit ja was ich grad gesehen wir haben da grad bei den Fischen waren grad die Einnahmen da ok aber selbst hier machen wir Profit 200 400 jetzt sind wir momentan was wir jetzt gerade einnehmen ja es kam gerade eine Führung ja es kam gerade eine Führung und dann ist es mir grad das variierte logisch aber das ist krass dichte Besiedlung guck mal welche Stufen ja stufe 5 ja klar das ist halt das dicht besiedelte Zeug ja das gibt halt Kohle wie so ach ne gering und dicht guck mal selbstversorgene Gebäude ja das ist halt das was ich hier ach das war das mit dem das 30% weniger Strom 30% weniger Dings genau ah hat Juve 2 erreicht Gebietsboni 4% mehr Effizienz 10% weniger Verschmutzung keine Scheune Bäckerei keine Scheune keine Scheune die haben wir schon freigeschaltet keine Scheune keine Scheune was macht die ah lagern 400 Tonnen speichert die cool mhm ok was ist das Zaun Zaun cool ja oh Tiere das ist echt ober alter was belegt du ist auch belegt aha Viehstau mhm 55 Arbeiter können arbeiten auch wie viel arbeiten denn hier kann man das einsehen 28 von 50 182 von 360 sicher sicher okay mach mal ja wie noch mehr zu dokumentieren was mein denn damit ja warum staut sich da ja weil hier die autos auffahren ah deswegen müssen die immer hier kurz Spur wechseln mhm ich hab auch gesehen dass die da hinten die Spur schon wechseln ja klar na klar raus ist halt Staud mhm geh halt weg Verkehrsansicht weg da oh Gott nix mit Spur wechseln die könnte eh nirgut sein die wechseln hier damit die da nicht in den Stau reinkommen naja klar it makes sense so und wir sagen jetzt dass sie hier wechseln dürfen dass sie da halt mhm ah ne wir machen einfach so die Schlau-Köpfe oh ja hast du das jetzt gemeint ich hab's nicht gelesen Landarbeiterunterkünfte schafft 40 Arbeitsplätze na dann reingefetzt mitten rein nee genau ey da kommt schon kranker Verkehr zusammen ja hätte ich nicht gedacht hätte ich auch nicht gedacht so und jetzt stauts hier nicht mehr weil die jetzt sich hier richtig schön guck mal hier richtig schön einordnen zack 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 ja zack so muss das ohje es staut hier ein wenig ja so jetzt haben wir das Stau Problem auch gelöst guck mhm zack weg einfach mal die Richtung angeben weißt unsere Bürger brauchen einfach mal ein bisschen ne Richtung genau die müssen einfach mal so guck es ist voll bebaut und hier ist immer noch so nie nichts das ist das was ich meine weißt das macht nicht man muss sich nicht direkt einkacken ja aber beobachten halt mhm jetzt können wir hier noch bevor es dann escalated so ist es zack du drückst da nicht mal was ja du drückst da nicht mal was ja nachher 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 So schnell? Naja, wenn es hell wird, wird man noch was sehen. Ja, dass es noch ein bisschen dreckig ist. Aber die Verschmutzung an sich ist halt relativ... Nein, haben wir verloren. Null. Null ist nicht schlechter. Ja, ist gleich geblieben. Fast vier Millionen zusammen. Wir haben schon wieder gewonnen, das ist gut. Ich könnte mir das ewig anschauen, ey. Ja, ist schon echt faszinierend. Ja gut, die Bezirke sind jetzt in dem Fall nicht mehr das Kacktal, weil... Das hat sich jetzt erledigt. Frischetal! Jawoll! Geil! Auch irgendwas mit Frisch? Frischer Hof. Frischhof. 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 Geländen. Gebietsverwaltung. Frischhof-Geländen-Gebietsverwaltung. Alles klar. Alter, was hier für ein Traffic kommt. Ja. Was? Müll. Du hast keinen Müll, du Idiot. Hat er keinen Müll. Nein, der soll seinen Müll zum Fenster rausschmeißen. Ich schmeiß gleich deine Mutter zum Fenster raus. Tu das nicht. So, hier Müllverbrennungsanlage, bitteschön. Kriegt er eine eigene... ...einen eigenen Mülldienst. Das ist nicht so gut, Mann. Ne, mach das sauber. Mit Cycling-Center. Direkt ein großes. Ne, das war ein kleines. Das ist großartig 100.000. Ups. Guck, jetzt ist hier schön zugebaut. Und es sieht einfach schön aus, da. Ja, ja. Wo haben wir zugebaut? Hier, da. Ja, ja. Sieht jetzt einfach schön aus. Genau, die Leute bauen da gerade noch. Was ist hier los? Da parken sie. Ne, da. Achso. Sehr gut, die Einwohner steigen auch langsam wieder. Ja, von dem Schock muss man es erstmal erholen. Ja, klar. Aber das musste halt gut sein. Hier wird es mal Zeit für ein... Crankenhaus. Für ein großes Crankenhaus. Ja, vielleicht da, das Wasser. Scheiße. So. Boah. Boah. Was das für ein Einflussbereich hat, ey. Ja, ja. Boah, das ist ja schon abartig, was hier abgeht. Hier gibt es ja nicht so viel Traffic. Guck mal, weil das kommt alles hier wieder raus. Ja, ja. Boah. Aber guck mal, wie geil das... Wie geil, dass du ineinander reinfliehst. Ohne einmal vom Gas zu gehen. Genau. Das sind die besten Autofahrer der Welt. Richtig. Der Stadt. Der Stadt. Die frische Höhen. Die frische Höhen. Wie schön. Ja, aber die Straße ist aber schon auch echt steil da gerade. Ja, gut. Das ist halt so, ne? Ja. Man muss sich der Landschaft irgendwie anpassen. So einen Berg kannst du nicht versetzen. Da wohnt jemand. Krass. Ja. Schön. Hä? Hä? Hast du nicht gerade verbunden? Ob das bereits belegt? Ja, das ist der Sinn, Alter. Ja, die haben Strom, gut. Ja, krass, so richtig. Voll die niedliche Nachbarschaft. Hm. Ja, und die gucken hier runter. Auf die ganze Stadt. Geil. Komplett geil. Ich bin zu laut. Na gut, in dem Stall muss schon laut sein, hä? Ja. Dann ist sie mal zu laut. Muss sie sich Gehörschutz kaufen. Cool, guck mal. Geil. Es ist immer so krass aus, wenn da mehrere Fahrzeuge so nebeneinander fahren sollen. Ja, ja. Boah, hier. So, und das war's dann erstmal für heute. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich das neue Industriegebiet angehen. Nee. Nicht? Nee, weil wir haben ja das Gebiet hier noch nicht. Stimmt. Wann schalten wir das frei? Bei 40, oder? Erzähl mal. Bei Feuerwehr. Ja, hat's. Zwei sogar. Nee, das ist ein Feuerwehrwachtturm. Ach so. So. Äh, bei 42. Ah, 42. Okay. Oh, Hubschrauber. Oh, neue Straßen. Hubschrauber, Flugbahn. Neue Gebäude. Kein Kraftwerk. Ozeanisch-Thermische Konversionsanlage. Hubschrauber-Depot. Hubschrauber-Landeplatz. Äh, ach du Scheiße. Was? Haben wir ja noch gar nicht gebaut. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das haben wir ja Combat vernachlässigt. Es hätte ja die ganze Zeit was passieren können. Und wir hätten es nicht gecheckt. Scheiße. Das müssen wir ja komplett bauen. Oh Gott. Das müssen wir auch machen. Wir brauchen direkt große Unterkünfte. Ja, ja. Bei so vielen Leuten. Wie viel haben da Platz? In so einem Ding. Genug. Zehntausend Menschen. Okay. Müssen wir halt einige hinbauen. In jedem Gebiet. Ein so ein großes Ding. Das war teuer. Das Ding kriegt immer 74.000. Ja, wir haben ja dreieinhalb. Millionen. Dreieinhalb Tausende. Dreieinhalb Millionen. Ja. Zack. Müssen wir das nächste Mal auch so ein bisschen angehen. Machen wir ja jetzt. Ja. Wenigstens. Kurz, grob so ein bisschen hinstellen. Die stehen nicht nur grob. Die sind dann fertig. Mal ein kleines. So. Ja, mehrere kleine nebeneinander. Da muss man da aber auch im Erkierungsbus und so machen den ganzen Schrott. Was macht der? Ach der sagt Bescheid ne? Mh. Boah. In dem Gebiet. In dem Radius. Wusch. Machen wir da auch noch einen. Ja. Was ist das für ein Mast? Das ist ein Abbild im Sensor. Ah. Mal einen hier und einen da. Ja. Was ist das? Warmbuja? Tsunami Warmbuja. Ja, was du hier nicht brauchen. Wetterradar hält das Wettermuster im Auge. Alter. Vielleicht auch da? Ah, jetzt muss ich an der Straße. Ah, okay. Und dann halt so. Weltraumradar. Meteoriten. Also Asteroiden. Hält immer die Augen offen. So. Ist alles grün? Nee, hier oben noch. Aber die Industrie plant geht. Scheiß drauf. Das sind ja auch nur Menschen oder so. Ja. Wir müssen schon realistisch spielen. An die frischen Höhen da auch noch ein bisschen was machen. Und hier noch. Zack. So. Jetzt haben wir relativ alle. Hm. Genau. Gut. Fluchtweg ziehen. Ja. Ah, das ist jetzt immer für das Gebiet hier. Also das kann ich jetzt ziehen für jeden. Für jedes Ding muss ich das jetzt machen. Ah, okay. Cool. Weil dann haben die sozusagen so einen Zuständigkeitsbereich, wo die die Leute abholen. Mhm. Geil gemacht. So. Der auch. Obwohl der hat noch. Ähm, wenn ich sag mal ab ins Bett, du bist krank. Ja. Na ja, ich bin tatsächlich sehr krank, aber ich muss hier noch, wir müssen im Voraus produzieren, Mann. Ja, was man nicht alles tut. Äh. Oben lang, da unten lang. Die dürfen halt auch nicht zu lang fahren lassen, nicht, dass die das nicht rechtzeitig schaffen. Genau, relativ kurze Wege. Okay. So, der fährt hier immer rein, dreht dann da um, fährt hier raus, fährt einmal einen großen Bogen, da und da und fährt wieder zurück. Ja. So. Das ist ein scheiß Stadtgebiet hier. Mhm. So. Genau, vielleicht einmal um den Block komplett außen rum. So. Dann mal da lang fahren, dann hier oben lang. Außen, da und hier zurück. Ah, das ist ein großer, okay, der muss halt ein bisschen länger fahren. Aber dafür hat der eine ganz schöne gerade Straße hier einmal. Ja. Einmal auch den großen Bogen. So. Erstmal evakuieren. Hm. Solange es noch keine Gefahr gibt, muss nichts evakuiert werden. Und jetzt gleich so, ey Tsunami has struck the city. Halt einfach die Schnauze. Vor allem kann eh nicht passieren. Hier. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Das wäre komisch. Eher so ein Tornado oder so ein Erdbeben. Eher Tornado habe ich dann auch echt Schiss. So, ich vergröme mich, aber ins Bett, bemühe ich euch noch viel Spaß. Ja. Wir machen jetzt auch in zwei Minuten Schluss. Genau. Dankeschön fürs Rindschnuppern. Genau. Bis später, machs gut, schwingende Hut, ne. Ich schlaf gut. Bis Denver. Das sind wir. So, haben wir alle. Öffentlich. Stimmtsleistung, so. Alter, wir haben heute noch nicht gespeichert. Ne, stimmt. Wir haben es nur einmal ganz kurz geladen am Anfang und dann nicht mehr gespeichert. Ja. Ja. Die Naturkatastrophen, ne? Ja. Wo sind denn die nochmal? Wo waren die? Waren die auch bei dem TMPA Stable? Oder war das nur das Verkehrsding? Nein. Das macht aber keinen Sinn, dass das da ist. Warte nicht. Wo war das Spielerlebnis? Richtlinien. Ah. Ah. Wo war das? Da unten zufällig Katastrophenfrequenz. Das würde es nämlich auch auf Standard halten. Ja. Oh. 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 Leichter Stau. Ja, das ist halt so. Das gibt's. Das gibt's. Mal mehr, mal weniger. Ja, so ist halt das Leben in einer Großstadt. Mh. Mh. Berteilt ist. Könnte sich nicht beschwören. Ja, das ist halt so. Ja. Das ist wie es ist. Mh. Mal gucken, was hier halt für Massen reinfahren. Ah ja. Das ist einfach nur geil, Alter. Guck schon, aufgelöst. Das stockt halt ein wenig. Das ist ja noch nicht mal Stau. Das stockt ja nur. Ja, Stau ist dann. Stau ist, wenn es steht. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Das ist stockender Verkehr. Da brinnt's. Wie hier überall Autos fahren, Alter. Mh. Boah. Alles klar. Dann in dem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis zur nächsten Aufnahmesession, unserer nächsten Folge. Genau. Von Stadt Skylines. Stadt Skylines. Und dann. Werden wir mich jetzt mal mit meinen Rückenschmerzen verkrügeln. Ja. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Scheint's wieder ein. Genau. Und tschüss, Alter. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.